Es war Kriropos Schau mal Ich mach ein Uni hoch ich seh das Tobi, hörst du was auf dem Ohr? Kannst du aber deinen schlabberigen alten Klötnehmen aus meinem Gesicht nehmen? Waaa- Was? Zt Dise Du mal die langen schlappaigen Klöten Achja, ach schön Ach, ich liebe diesen Platz hier, that is voll nice Der ist schön, ja. Absolut. Das ist schon cool. Könnte ich mich dran gewöhnen? Ach ja. Ich wünschte, äh... Sehr schön. Ich wünschte, wir würden wirklich gerade da liegen. Wobei, ich würde, glaube ich, meine Liege ein bisschen weiter nach hinten machen, weil ich hätte, glaube ich, übelst Höhenangst. Ja gut, hier ist ja auch nur ein Stück weggebrochen nach unten, so wie es aussieht. Ja. Da muss man keine Angst haben. Das ist total stabil, Bruder. Ja, das ist sicher. Mit dem nächsten Regen schwemmt das nach unten. Was? Such den Lurch, Tobi, was? Mann. Das ist mein eigenes Papers, please, oder was? Schade, ich krieg dich hier gar nicht ins Bild. Schade, schade. Ja, ähm... Tobi, was machen wir denn heute eigentlich? Wir haben letzt... Ich kann mich dran erinnern, dass wir letztes Mal mega effektiv waren. Alles abgeräumt einfach. Komplett. Ja. Also, war die Halle... Richtig gut, letztes Mal. Genau, die Halle da doch schon... Ich glaub, wir wollten nach West, äh, nach Osten irgendwie, ne? Wir wollten im Osten die ganzen Sachen machen. Südosten und Osten. Stimmt, wir hatten ja auch die Flamme, ähm... Wir hatten die Flamme, äh, abgegradet. Und dadurch haben wir das tödliche Mersme jetzt nicht mehr, ne? Wir könnten also bei der C4-Brücke jetzt hin. Hier, hier so. Da müssten wir jetzt durch können. Check mal, so, Map? Ja. Ach, hier! Ne? Da, da war doch diese Brücke und da konnten wir doch, glaub ich, nicht rüber, weil da tödliches Mersmeer war oder so. Irgendwie sowas. Ja, I remember. I remember. Aber da unten war doch immer noch rot, ne? Ja, das sehen wir, das finden wir gleich raus. Oder ist das nur da unten an der Ecke, weil das vielleicht noch nicht zur Map irgendwie gehört? Aber können wir gleich mal gucken gehen? Ja, ja, ja. Schauen wir mal. Und einfach... So. Vielleicht erstmal... Haben wir eigentlich Inventar sortiert? Also, meins ist doch halbwegs leer. Okay, meins... Ja, ups, meins auch. Einigermaßen. Hä? Sogar das haben wir noch gemacht. What the fuck? Das ist wild. Ich hab noch ein bisschen Glas drin. Ich bin verrührt. Und Nitrat. Was hab ich denn letztes Mal gemacht? Ich muss mal ganz kurz gucken gehen. Wir wollten irgendwelche neuen Sachen machen, ne? Und die Jucca, genau, Jucca hatte ich angepflanzt. Für, äh, damit wir die kochen können. Ah, hier wieder nach außen hin. Du hattest, glaub ich, irgendwas noch eingedingenst hier. Es hat irgendwie fünf Minuten gedauert. Ich glaub, beim Alchemisten. Kann das sein? Ja, kann, kann sein. Uh. Äh, Entschuldigung. Okay, zehn alchemistischer Grundstoff. Das ist cool. Äh. Ich glaub, das war's sogar, oder? Oder war das in dem Ding hier? Ne, da ist eigentlich nix. Ach doch, warte mal. Wir haben Safran am Ende noch gesammelt. Und du hattest... Ach, Safran haben wir aber gebraucht für die, für die Flamme, ne? So war das, glaub ich. Ähm. Genau, genau. Safran brauchten wir für die Flamme. Und hier hatte ich noch Nitrat gemacht für irgendwas. Mit Nitrat konnten wir, glaub ich, Safran... Ah, konnten wir Safransamen kriegen, ne? Ah, Safran, richtig. Ne gedüngte Farmerde und die mussten wir machen... Für die gedüngte Farmerde brauchten wir Nitrat. Yo, alles klar. Oh cool, ich krieg eine gedüngte... Nitrat, ich vor die Tür. Doch eines Tages. Was? Tobi, bitte. Was? Tobi, bitte. Entschuldigung. Oh, wow. Drei... Eine Farmerde... Fünfzehn Farmerde kosten drei Nitrat. Oh. Und ich glaube Nitrat war das so scheiße teuer, irgendwie, ne? Da hat man ein bisschen was für gebraucht, ja. Ich glaube auch. Ne, Antiseptikum, wo war denn das nochmal? War das nicht hier an dem Ding? Ach, hier an dem neuen Ding war das, ne? Hier. Ach, Gewürz hatten wir ja auch gemacht. Oh Gott. Was denn? Wie er sich die ganze Zeit zu dir hindreht und oben steht, ich freue mich dich zu sehen. Und er dreht sich einfach die ganze Zeit dahin, wo du läufst. Der soll mich in Ruhe lassen. Ich mag den nicht. Mann! Warte, jetzt kann ich... Nitrat kann ich jetzt zehn herstellen. Ich glaube, jetzt mach ich mal einfach. Auch wenn ich ihn nicht unbedingt brauche. Machen wir zehn Alchemistischer Grundstoff für den Arsch. Da muss ich noch Nitrat und Glas loswerden. Ich weiß aber gar nicht, wohin. Ich hasse dich. Ich war zu langsam. Ich hab mir gehört... Ich weiß gar nicht, wohin. Und dann kommst du immer näher. Ich dachte, ah... Ich war zu langsam. So... So, okay. Aber ich hab trotzdem noch fünf Nitrat. Ich muss mal gucken, wo ich die hinpacke. Okay. Hm. Jetzt kommt der Sturm bei uns in Schleswig-Holstein an. Oh, oh. Ich hoffe, du hast alles festgemacht da oben. Das hoffe ich auch. Ei, ei, ei. Äh, 32... Ich sag dir, das ist ein Sturm, wo die Schaufel keine Locken mehr haben. Bitte was? Bitte was? Äh... Der alte Mist hat ja selber keine... Weißt du was? Ich pack das Nitrat einfach mal dazu. So, ich muss meine Ausdauer nochmal aufpumpen. Tag, Tobi. Tag, Tobi. Sag mal. Wir sollten das lassen. G- Ich... Ich glaube nicht. Ich pack das einfach hier unten, diese magische Dingens da hier. Keine Ahnung. Wo die ganzen Krempel drin haben. Äh... Ausatieren müssen. Das ist ein guter Plan. Aber wir versprechen die ganze Zeit, dass wir es machen bald. Ja, voll geil. Also, Balls und Tiermanns macht es durch, ne? Keine Sorge. So, ähm... Ein Safran, 32 Schutt. Den Schutt hab ich, glaub ich, bei der... in die Erdkiste mit reingeballert, ne? Jo, okay. Und ein Safran, den Spot kann ich, glaub ich, auch noch mal schnell... Naja... So... Nee, nee, nee! Los geht's! Fresse! Sagt, los geht's und steht jetzt seit 10 Jahren nur zu Hause. Ich hasse die NPCs, Tobi. Ich sag's dir, wie es ist. Naja, die sind schon wild. Mhm. Die machen halt auch den ganzen Tag nix, außer einem irgendwie nur vorschreiben, was man machen soll. Ja, ja, wirklich so. Wollen wir aber alles haben, weißt du? Ja, wirklich so. Ja, und dann hab ich meine Schnürsenkel verloren. Ich hasse die so sehr. Okay, die haben aber keine neuen Quests für uns. Sehr gut, wir müssen nix Neues annehmen. Sehr, sehr gut. Ähm, ansonsten bin ich clean. Bin ein cleaner deutscher Bürger. Bist du sicher? Ich dachte... Ich dachte, irgendjemand hatte letztes Mal noch ne Quest gehabt, oder haben wir die schon angenommen? Haben wir bestimmt schon angenommen, ne? Ich guck jetzt noch mal bei der Jägerin, aber die hat auch keine neue, ne. Nö. Man, die haben auch alle nix hier. Krass. Ich glaub, die haben alle mitgenommen. Ja. Krass, 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 krass. Das ist ja echt, äh... Warte. Ich hol mir nochmal schnell nen Buff. Von, äh, daheme. So. Ach ja. Ah, ist das schön hier. Hm. Zuhause ist doch am schönsten. Das stimmt. Oh, shit. Ich sehe deinen Namen da oben, Tupido. Tupido? Was? Tupido, ich weiß gar nicht was du hast. Ja, ja, nee. Guck so ein Auge da oben, wie ich das Loch weißt. Hä? Schläfst du schon? Tobias. Hä, wo ist der denn? Haha! Kannst du deinen Fuß ab... Ihhh! Ich hab einfach Narnia unter deinem Rock gesehen. Was? Da unten habe ich auch noch so einen Bart, Tobi. Alles klar. Hä? Was ist los? Wo willst du hin? Da bin ich raus. Was? So. Also ich glaube, ich bin ready. Wenn sie es sind, bin ich ready. Ich wäre auch ready. Die Frage ist, wo gehen wir als erstes hin? Ähhh... Über der Brücke. Äh, hier würde ich sagen. Zuhause Stufe 1. Hier. Dann können wir die Brücke runter. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich komme, tschüss. Tschüss. Jo, bis gleich. Tschau, 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 tschau. Huhu. 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 So. Mh, wie schön hier wieder in Rausonn. Warte mal, ich gucke mal kurz, ob ich das irgendwie anpingen kann da unten. So. Anpinkeln? Ja, ich wills anpinkeln. Cool. Da, da ist das. Nach Süden. Hier, hier drüben. Was ist das hier unten eigentlich? Einfach nur ne Schwefemine, ne? Was machst du da? Ich? Ich hab auf der Karte nochmal geguckt, wo wir, äh, wo du genau hin willst. Ah, okay. Einfach nur nach Süden, jetzt zu der komischen... Da war so ne Brücke oder so ein Weg und wir kamen da nicht durch. Okay, ich folge dir einfach mal. Ja, wir werden schon irgendwo ankommen. Ich folge dir unauffällig. Ich glaube, hier kamen wir nicht rein. Ich glaube, das hier war das. Durch das Miasma kamen wir nicht. Ist das nicht hier bei... Ja, stimmt, das ist bei diesem Souterau auf jeden. Ja, da kommt man letztes Mal nicht rein. Genau, genau. Oh, 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 oh. Eriks, direkt, direkt weg einfach. Hey, Tobi, guck mal. Miasma verschlungen. Oh. So. Das sieht schon mal sehr gut aus. Oh, wir müssten eigentlich nach Süden. Wir sind irgendwie jetzt abgedriftet. Die größte Beute. Pass auf, ich mach mal hier. Ich mach mal Ping auch. Da müssen wir hin. Irgendwie in die Richtung. Okay. Au. Das sind doch mal 800 Meter. Gott. Aua. So. Ja, wir sind Profis. Guten Tag. Ja, wir sind Jump'n'Run-Profis. Absolut. Gut. Oh. Moin. Oh, okay. So, und nicht vergessen zu looten, damit wir die kleinen Dinger wieder mitnehmen können, ne? Für Kisten. Tobi, du musst da mal drüber gehen. Okay. Boah, das ist ein Riesensee einfach. Ach du Scheiße. Ähm. Guck mal kurz links. Links der Weg geht ja da drüber. Das sieht irgendwie so aus. Da wird doch was rüber gehen, ne? Im Westen. Wir können doch da... Ja. Ja. Aber wir können da auch... Eigentlich könnten wir da auch rüber springen. Oder? Ähm. Ich, ähm. Halte das für keine so gute Idee. Ich seh da drüben... Ich seh da drüben Licht auf der anderen Seite. Aber ich weiß ja nicht, ob wir so weit kommen. Das ist das Problem. Wir machen das mal lieber nicht. Ja. Ich geh mal ganz kurz hier am Rand entlang und guck mal, ob wir hier was praktikableres finden. Oh. Da scheint hier irgendwas zu sein. Aha. 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 C4. Oh. Oh, ist noch einer. Oh. Entschuldigung. Moin. So. Das sieht fantastisch aus hier. Aber ich glaube, das ist das nicht, ne? Ähm. Ho. Ich hab das Gefühl, wir gehen auf jeden Fall zurück. Kann das sein? Hier wird... Hier geht auf jeden Fall aber einen Weg lang, ne? Aber ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind. Ist das der Weg zurück? Ich bin auch so unsicher. C4. Also C4 war das auf der Strecke da. Aber hier... Das ist übrigens nicht der Weg. Hier ist eine Brücke. Nee. Ah, warte mal. Ich bin nicht auf... Auf einer Brücke. Aber ich... Höh! Hedwig! Tobi? Hilf mir! Gerne! Danke! Ähm... Hier die Zeit wieder herstellen. Dann sind wir wieder auf Null. Also ich bin gerade bei... Ich hab noch sieben Minuten. Und du? Okay. Ja, ich auch. Ja, ja, easy. Lohnt sich glaube ich noch nicht, oder? Ja, ich dachte nur, wir kommen wahrscheinlich eh nicht mehr hierher, so weißt du, deswegen... Ja, wir können erstmal rumgucken und dann mitnehmen. Ich höre Geräusche. Ah ja. Na? Hast du ne Fackel zufällig? Äh... Wo bist du und wie bist du da hingekommen? Oh, ich glaube du bist über mir. Kann das sein? Ich habe so ne Kellerluke gefunden. Ah, okay. Scheint aber nix. Hier ist glaube ich nix. Trüböl habe ich gefunden. Oh, das ist neu. Ach, sagt man noch nicht. Wie ist der Mann da reingekommen? Ich bin sehr dünn. Ich bin zwischen den Ritzen durchgeglitten, Tobi. Ne, hier ist so ne Kellerluke hinterm Haus aber. Ah, ja. Ja, ja, ja. Ist aber glaube ich. Aber da war nix, sagst du? Also hab nix gefunden. Ich geh nochmal mit der Fackel. Ähm. Alter. Ruhe jetzt. Ja, ich rede grad mit Tobi. So. Geil. Ähm. Lass mal nochmal mit der Fackel runter gucken. Aber ich glaube da ist nix, ne? Nee. Oh, hier geht's. Hier ist noch ne Truhe. Da ist noch ne Truhe. Kannst du kurz durchbumsen hier? Ich bumse da mal durch. Geil. Nichts spannendes. So. Oh. La da da da. Da 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 da. Schnappidi du. Was brennt denn da hinten? Nichts. Hier noch irgendwas. Auch nichts. Okay. Hier oben. Hier ist ein Turbinator. Ne. Ich bin ne Statue. Du bist ne Scheibe. Er, bitte. Was denn? Du kannst dich nicht mehr davon freisprechen Tobi. Die Wahrheit ist jetzt da draußen. Ja, ich merk das schon. So. Pass auf, soll ich jetzt mal? So viele einfach, die in den Stream kommen. Hallo Scheiben Tobi. Toll. Toll, danke. Entschuldigung. Ähm, soll ich da, soll ich das Ding mal nehmen hier? Oh. Warte mal. Ja, kannst du machen? Ich hab noch n, ich hab noch n Keller gefunden. Oh, ich komm. Warte. Aber vorsichtig ist so n... Ähm. Wo ist denn? Warte mal, beweg dich mal nicht. Ich hab keine Munition. Toll. Warte. Ah. Ich hätte vielleicht... Pfeile mitnehmen sollen. Na ja. Meinst du deswegen? Ey, yo. Warte. Müsste gehen. Gut. Was denn? Guten Abend, bin ich hier richtig bei der Scheibe? Nein. Warte, warte. Äh. Wo ist denn hier die Acht? Da. Schkumm. Müsste Truhe. Äh. Aber sonst. Fantastisch. Yo. Sind Spells drin. Easy. Hier ist noch ein bisschen Wasser. Nehm ich auch mit. Aber sonst. Na ja. Okay. Paar Leute, die mal geschlafen haben und jetzt tot sind. Na ja. Das übliche. Ist doch nicht unser Problem. Hier ist noch irgendwo ein scheiß Wolf. Wo ist denn hier eigentlich? Hast du dieses Ding schon genommen eigentlich? Äh. Ja, hab ich schon genommen. Ich hab uns auch gefunden. Ich glaub, da hat das für mich nicht gezählt, weil ich zu weit weg war. Nein. Was? Oh nein. Oh kacke. Dann müssen wir schnell raus, oder? Na, drei Minuten noch. Na ja. Das wird schon schief gehen, Erik. Ja, das schaffen wir locker. Ich schau mal kurz auf der Map, wo wir hinlaufen. Gerade in die ganz falsche Richtung. Aber... Naja. Wir müssten, glaub ich, ein bisschen nach Süden irgendwie, ne? Mh. Ja. Und ich glaub, wir müssen uns ein bisschen beeilen, damit du nicht Stih hast. Sterben. Ich werde sterben, Erik. Tobi, sterb nicht. Junge, Junge, Junge. So. Nice. Sah sehr gut aus. Oh. Oha, hä? Was war das denn? Hä? Oh. Ach da. Sie Lump. Ui. Lumpen. Oh. Äh, ist das hier zu verlegen? Ach du Scheiße. Oh boy. Ähm. Okay, wir müssen irgendwie nach Süden, aber ich... Sieht aber schon geil aus, ne? Sieht voll geil aus, aber, 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 aber... Wie kommen wir denn da rüber? Wenn man hier vorne rausrennen kann? Ne, wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich nicht zusammen verbunden mit... Hier kommt wahrscheinlich gleich eine fette Felswand, ne? Das kommt mir so bekannt vor. Wir waren hier, glaub ich, schon mal. Jaja, waren wir auch. Mit dem Steg da gerade, ne? Außer es gibt mehrere Orte, die so aussehen. Ja, das kann sein. So, wir können mal gucken, wo rauskommen irgendwo. Dembe-Rare. Staubgrube. Wir waren hier auf jeden Fall schon mal. Ach du heilige. Da vorne, Vorsicht Tobi. Da vorne leuchtet's rot. Okay, ich würde empfehlen, nicht da noch unten zu laufen. Haben wir vielleicht irgendwo ne Wurzel in der Nähe hier? Ach ja. Wir können zum ersten Mal Wurzelnplatten machen, dann können wir durchatmen. Oh ja, aber dann, ich folge dir. Warte, ich mach hier. Warte, ich mach hier. Ping, ne? Äh, da. 35 Meter. Wo soll die hier sein? Äh, genau unter uns, guck hier. Ach, da unten? Ja. Cool. Ich geh da direkt mal mit meiner Axt ran. Oh ja, hier ist ein Boss. Komme. Aber ich brauch dringend... Oh ja, Gott sei Dank. Hi. Oh du Arsch. Was greifst du mich an, hä? So. Oh. So, let's go. Sehr nice. Sehr gut. Oh, kein Mana mehr. Mach ich den hier. So. Prima. Prima, prima. Ein Huhn gibt's auch. The air is so clean tonight. Ah. Ja. So. Let me soak it in. Feel it in your lungs. Okay, war gut. Ähm. Hatten wir leider schon, aber wir haben jetzt natürlich wieder alles voll. Nice. Oh. Aber wie ist das, wo wir gehen wollen? Mit einem riesigen Sägetrend irgendwie, ne? Ja, aber da gibt's... Oh. Das wollte ich gar nicht. Äh. Da gibt's bestimmt eine Möglichkeit. Warte mal kurz was schauen. Ich hab was für dich vielleicht. Musst dir mal anschauen, was was ist. Äh. Hier. Schenk, ne? Das hier. Edels Schwert. Mhm. Okay, okay, okay. Edele? Weiß nicht genau, wie edel das ist. Sieht nicht schlecht aus. Stufe 18 ist auch nice. Ja, ja, ja. Ich danke dir. Ich danke dir. Ja, gerne. Immer wieder gerne, Töbchen. Das Töbchen. Einfach ein Tobmann. Ähm. Okay. Jetzt haben wir es geschafft, falsch zu gehen. Das ist schon mal gut. Das muss man aber auch erstmal hinkriegen. Kommen wir da unten bei Surats Rast jetzt vielleicht drüber. Surats Rast, Surats Rast. Äh. Äh. Hier. Über den Osten gehen, eventuell. Aber ich meine, solange wir hier sind, können wir bei Surats Rast noch mal gucken. Ja. Würde ich sagen. Ja. Mal schauen. Wir brauchen mal hin. So. Äh. Ähm. 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 Ja, find ich nicht gut. Oh, so die Vögelchen. Oh, der will dich. Oh. Oh. Erik, er will dich. Wie süß. Oh. Entschuldigung, ich habe mich flachgelegt. Oh Gott. Ah, da drüben ist wieder ein Pilzwesen. So. Ich renne einfach vorbei, ne? Scheiß auf die. Ja, ja. Wenn wir die nicht brauchen, dann weg. Genau. Das nehme ich mal mit. Gehen wir überhaupt richtig? Ah ja, doch, doch, doch. Ist doch ganz schön weit. Ähm. Ähm. Ich hab das immer... Oh. Ich wollte gerade sagen, ich weiß, ich habe immer Angst, dass wir ins Rote reinfliegen. Ja. Und immer wenn ich fliege, fliege ich beschissen. Ich weiß nicht warum. Ich finde immer irgendwelche beschissenen Sachen. Erik, du solltest Pilot werden. Ja, how about no? Sehr geehrte Passagiere, wir erreichen in Kürze das Miasma. So. Stell dir vor, du bist Pilot. Und die ganze Welt wird vom Miasma übernommen. Und du kannst einfach nirgends landen. Aber du musst... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. So, hier müssten wir nach Süden. In die Richtung. Okay. Lalalala. Oh. Okay, ist wirklich ein bisschen öde, das Miasma. Ich mochte das Grüne eigentlich ganz gerne. Aber irgendwie ist das ganz schön... Hm. Ist halt sehr groß, ne? Ja. Ja, aber auch sehr leer irgendwie. Ja. Das stimmt. So, ist das gut hier unten? Sollten wir oben sein oder sollten wir unten sein? Surats Rast, aber... Guck mal da... Ah, da oben war grad ein Kampf. Ich glaub wir sollten oben drauf sein, oder? Nicht unten drunter. Ich bin unsicher. Ich weiß es nicht. Oh. Ich habe... Ich habe keine Ahnung. Oh, hier wird's rot. Ja. Oh, das ist aber nicht gut, du. Aber hier ist... Ah, hier ist alles rot. Ja, ist halt alles rot. Da kommt man gar nicht weiter. Ähm... Ich habe das Gefühl, wir sollten oben sein, nicht unten. So, ich bin hier mal ein bisschen vorsichtiger. Oh, okay. Sieht fantastisch aus alles. Autsch. Aber die sterben eh gleich, cool. Hier geht's auch nirgendwo weiter, ne? Krass. Das ist schon ein nicer Perk, irgendwie. Ähm... Was ist denn für ein Geräusch? Oh, hier wird's wieder cool. Hier ist schön. Alter. Ja. Entschuldigung. Ich kann auch gehen. Ja, hier geht's ja alles. Solange die mich nicht treffen, ist alles gut. Oh Gott, ist das hier unangenehm. Hier geht's rum um den See, guck mal. Glaube ich. Wow. So. Ich glaube, wir schaffen's. Ähm... Ja, hier geht's rum um den See, Tobi. Guck mal. Oh, wie geil wäre ich jetzt so'n Pilz? Der kann einfach durchlaufen. Ja, oder so'n Sattel für'n Pilz und dann noch durchreiten. Auch geil. Wäre ein cooles Feature. Oh. Oh. Oh, okay. Huch, gut. Oh nein, der ist gestolpert. Oh, wie ärgerlich. Die vertragen das mir erst mal bestimmt nicht so gut wie wir. Sag mal, das kann doch nicht sein. Hier geht's nirgends rüber. Müssen wir nach oben? Uah. Entschuldigung. Alter. Der Stab bangt ganz schön rein. Ja, ja. Die Map einfach. Wir müssen... Hä? Ja, wir müssen... Also, wir müssen auf jeden Fall nach oben. Hier unten kommen wir nicht weiter. Und wenn wir eine Wurzel irgendwo hier? Lass mal die Wurzel machen da hinten. Dann können wir uns rausporten vielleicht. Die Wurzel? Wir können gucken, ob wir von oben irgendwie rankommen. Ist die hier irgendwo? Also, hier ist Fuchsflucht. Kommen wir da hin zum ersten Mal, Wurzel? Ich hätte jetzt die hier genommen, damit wir uns rausporten können. Aber direkt hier, neben uns ist eine. Guck mal hier. Da. Aber die ist... Ist die nicht auch oben? Meinst du, da kommen wir hoch? Ja, ich folg die mal. Es sieht so aus, als können wir da... Oh. Okay, ich sehe schon. Uah. Fuchsflucht. Okay. Ich bin irgendwie runtergefallen. Cool, cool, cool. Da ist ein Turm. Oh, leuchtet es hier gerade sehr bedrohlich rot. Warum leuchtet es hier auch immer so... Geht ein Keller runter? Oh. Oh. Okay. Ich lese mal schnell vor. Glorreiche Samen. Diese faszinierende Saat, die ich gekauft habe, sie schlägt Wurzeln und keimt. Ich ertappe mich dabei, wie ich nachts von ihr träume. Vom schwachen Leuchten, das meinen Garten und meine Seele erhält. Ich muss mehr davon pflanzen. Das ganze Dorf sollte von dieser Herrlichkeit erfahren. Hemming. Hemming, Hemming. Hallo, ich bin's Hemming. Ich bin's der Hemming. Hat's für zwei N nicht mehr gereicht, sind zwei M geworden. Oh, oh, oh. Der Hemming. Ich kann das auch. Vorsicht. Oh, alter. Ach nee. Der Mutti ist wieder da. Ich hab's ja nur meine Hose ausgezogen. Warum schreien sie denn so? Jasma. Äh, ich glaub wir brauchen... Oh. Vorsicht, von hinten kommt noch so ne Dame. Ach. Au. Äh, wir brauchen dringend, äh, Luft, ne? Äh, wir sollten... Oh, 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 oh. Äh, Weg durchsetzen. Wie kommen wir da hin? Da lang, da lang, da lang. Ich komme. Jo. Ich lass den Typ mal kurz aus. Den nicht. Ah, da vorne ist die Wurzel. Die Wurzel. Oh, guck mal, wie geil die Sonne da hinten aussieht. Oder der Mond, oder was auch immer es ist. Oh, ja, oah. Richtig geil. Oh, wie cool. Ich geh mal hacken, gell? Ja. Lass den Tobi in Ruhe. Sag mal. Oh, warte, warte, warte. Was ist denn hier los? Nichts mehr. Krasser Typ. Vorsicht. Entschuldigung. Oh. 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 Even here is the air so good. So. Wie schön das hier auf einmal aussieht, wenn das Miasma weg ist, ne? Oh, ja, hier, guck die Sonne sogar ein bisschen raus. Oh, ich stell mich mal kurz in die Sonne. Oh, mhm. Oh. Oh, ja, das ist geil. Jetzt noch ne Stulle. Hm. Das ist ein angenehmes Päuschen. Kommen wir da eigentlich irgendwie hoch? Guck mal, da sieht's aus, als würden wir, könnten wir vielleicht. Aber wir sind immer noch falsch. Wir müssen... Wie kommen wir denn da hin? Wir müssen oben über die Brücke rüber. Aber ich glaube, das rote Miasma bleibt da trotzdem. Wir kommen da nicht weiter. Vielleicht sollten wir versuchen, nach rechts weiterzukommen in Osten. Weißt du was? Ich hab ne Idee. Wie wär's denn mit dem hier erstmal, als Auffrischer? Und in dem sind Brunnenblöcke. Jo. Das klingt nicht schlecht, wo, aber wo gehen wir da hin? Zuhause Stufe 1? Da drüber, ne? Das meinst das hier, ne? Genau. Okay. Ciao. Tschüss. Ey. So, puh. Wuka Opferhügel. Ach, hier wo der Boss sein sollte. Den wir... Eventuell mit unserer Flamme vertrieben haben. So, jetzt müssen wir nach Sü... Nach Süden müssen wir einfach, ne? Komm. Komm, wir gehen einfach mal durch. Ist hier noch einer? Ne, ne? Die halten sich auf Abstand. Die wissen, was gut ist. Die kennen uns. Und fürchten. Oh. Absolut. So, du wolltest zu der Wurzel, glaub ich, ne? Au. Oh, hey. Äh, guten Tag, die Herren. Ich, ähm... Sollten wir... Wir sollten hier oben lang, oder? Brauchst du Hilfe? Ja... Ich glaub nicht. Oh, doch. Die haben grad ganz böse mit Steinen nach mir geworfen, Tobi. Ich vertrage leider nix. Die haben einmal mit Steinen nach mir geworfen. Warum? Und bist tot? Naja, das... Das kann man jetzt so sehen und so sehen, ne? Warum mach ich bei denen jetzt so wenig Damage? Bei den anderen gerade ging das voll gut. Oh, ich könnte die dem Erstmal Schwert mal nehmen. Warte mal. Ich wurde gelüngt. Ah, okay. Alles klar. Ja. Ich wurde einfach gelüngt. Ich fummel dir mal ein bisschen den Schritt rum, dann wirst du wieder wach. Oh. Wir stehen wie eine 1, Tobi. Was ist du denn da schon wieder? Hm? Was isst du da? Hä? Öffn? 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 Ich mach nicht vom Öffn. Warte mal, sollten wir nicht, sollten wir nicht oben lang? Ähm. Damit wir uns rechts runterfallen lassen können? Könnten wir? Au. Und sind auch schon nervig. War doch schon wieder so einer. Die hasse ich. Ich würde sagen, bringt XP, ne? Aber... Ja, leider nicht mehr so. Hä? Wie soll ich denn stehen? So. Sag mal, das gibt's doch nicht. Wir sind denn hier. So. Müssen wir oben lang? Aber guck mal, hier geht's doch, oder? Hier ist noch ein Weg und wir kommen hier easy rum. Ich bin mir nicht ganz... ...richt... ...laufe ich auch nicht richtig... Hä? Warte mal. Manchmal ist das schon weird. Ich hab den Wegpunkt gesetzt. Okay, warte mal. Ich sette mal kurz nen Ping. Ne, ist richtig. Laut, also laut, äh, laut Kompass müssen wir hier lang, ne? Okay. Also wir schauen mal. Vorsicht, da ist ein Skorpion. Probier! Hopp auf! Ist das schon der Chicken Nuggets, was du da isst? Hm, hm. Hm, hm, hm. Geil, Kuchen? Hm, hm. Hm, hm. Oh, ist denn lecker. Hm, hm. Ich hab grad vergessen, wie die heißen. Ähm. Asiatische Teigtaschen. Aber nicht Giotzer. Achso, kommen wir da lang. Smart, Tobi. Gut gesehen. Ne, hier geht's nicht weiter. Gut, gut gesehen, Tobi. Kein Problem, Erik. Nein, nicht Frühlingsrollen. Ne, 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 ne. So, mehr so Dumbling-mäßig, aber sehr, äh. Ach, guck mal, da. Da rüber, oder? Da müssen wir aber nicht hin, oder? Müssen wir nicht... Achso, oben lang? Also... Mein Dingens zeigt mir jetzt in diese Richtung hier. Ja, okay, dann komm ich runter. Aber ich trau diesem Kompass halt auch nicht so richtig. Au. Wo bist du denn? Ah, da. Guck mal, da ist ja auch diese Brücke, diese interessante, aber ich weiß nicht genau. Probier mal von hier. Man muss ja nicht gleich runter gehen. Ja. Wan Tan, vielen Dank. Wan Tan esse ich gerade. Ah, Wan Tan. Habe ich zu meiner Bank früher immer gesagt. Hier, hier, Pin. Wan Tan. Ah, sie beherrschen, sie beherrschen das Chinesische. Ich meine, es ist ja eine Miasma-Wurzel, die müsste ja eigentlich unten sein, ne? Und nicht oben. Ich denke mal, dass es hier gleich deep ins Miasma geht, oder? Ich hoffe, ich glaube. Nicht jetzt Wan Tan. Oh Gott. Oh Gott. Das wird immer besser jetzt. Ja. Ich hab leider gerade keine Ausdauer, ich muss kurz warten. Ah ja, da unten ist sie. Das ist wieder so eine... Ah, ah, ja sehr gut. Ja, ja, ich seh schon. Warte. Guckst du mir gerade beim Essen zu? Sieht wirklich so aus. Mh, mh, mh Tobias, mh. War echt lecker. Lass mich mal riesen. Ja. Daaaah. Wann Tan Clan. Wann Tan Clan. Oh Gott. Hm. Hm, hm. Ja, also wollen wir. Wie ist das eigentlich? Wollen wir da unten beim Safe-Spot gleich kurz Pause machen? Wegen, äh, wegen Trinken holen und Hundis rauslassen? Oder wollen wir hier oben bleiben? Gute Idee, ich muss auch pinkeln. Dann lassen wir oben bleiben, oder? Ja. Ja, ich glaube auch, oder? Das ist safer. Ja. Dann machen wir ganz kurz Pause. Ich geh pinkeln, was zu trinken hab ich hier. Ich drehe mal die Heizung hoch, weil es hier echt... ...geworden einfach. Boah. Ey, ich... Mir ist voll warm hier drinnen. Boah. Also hier ist wir, glaube ich, irgendwie alles eingefroren. W-B-E-B-G-T-O-N. W-B-E-B-D-E-A-N. Untertitelung des ZDF für funk, 2017